Wie ist das dann in der Oberstufe zum Landschaftszeichnen gekommen, da haben wir viel, viel gezeichnet und sind rausgegangen und ich sah, das war richtig gut. Und ich habe schon gelernt, das geht jetzt bei mir etwas an, was die anderen nicht so toll hinkriegen, wie ich, ich bin da. War schon ein Ehrgeiz, innerhalb der Schulklasse ein bisschen vorwärts zu kommen. Und so war es dann für mich die tollste Sache, dass meine Abiturzeichnung im Jahresbericht groß ist. Und die hat jetzt auch schon historischen Wert. Die Szene dort gibt es nicht mehr, die ich da dargestellt habe. Es war genau dort unter der Schanzelbrücke auf Fahrt rechts, beim Konradinum mit Blick auf die alte Max-Brücke, mit Blick aufs Oberhaus, aufs schöne Wolken. Und das konnte ich schon, und das war auch schon. Gut, mein Wunsch, Kunst erzielt zu werden, war damit gesetzt. Gut, mein Wunsch Und ich habe es nicht mehr, was ich Göte und ich habe es nicht mehr Jordan ausprobiert closetünklecks,